Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Kanal. Wir sehen uns gleich schnell vorjetzt. Und zwar spielen wir heute Fahrschule 3D und sind jetzt mal unterwegs mit unserer VW Golf GTI im ersten Level. Und anschnallen. Rückspiegel einstellen. Es gibt hier sogar einen Button für anschnallen. Schulterblick. Achtung, Moment, zack, anschnallen. Oh Gott, let's go. Es sieht schon scheiße aus. Es geht los. Und da hinten ist ein Fußgänger. Den musst du überfahren. Den musst du überfahren. Stopp. Oh, er blinkt. Guck. Du bist du. Hey. Es ist sogar richtig eppisch, hast du gesehen, mit graffiti an den Wänden und so. Oh, die rote Apple. Die hätt ich jetzt gar nicht gesehen. Wie sieht denn die aus? Die ist schief und schepp. Was ist denn eine komische Ampel? Die ist hier nicht da. Die wäre mir nicht immer aufgefallen, die Ampel, ey. Oh, er blinkt, du. Haken am Muster blinkt. Folgen Sie den Anweisungen. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. So, was soll ich jetzt machen? Das nächste. Ich weiß nicht, woher das Ding hier funktioniert. Jetzt gibt's Werbung. Toll, Werbung. Oh Gott. Oh, ich freue mich so. Let's go. Toll, die Werbung. So, wie geht das jetzt? Also, er klagt. Ah, nein. Wie falsch? Angeschnallt bin ich. Oh, los geht's. Schulterblick gemacht. Oben den Spiegel eingesteuert. Sitz noch mal, drisch zurecht drückt. Den nehmen klar eine Stücke. Oh, das sind die Bullen. Versuch's. So, wo muss ich denn hin? Der Bulli, der hier. Du musst da. Da unten sind. Hier ist es. Die sind beide. Da musst du einfach. So. Du musst da Gas geben, Mann. Sicherheitsgurt. Du musst das Sicherheitsgurt. Du hast das Sicherheitsgurt vergessen, du Deck. So, also. Das ist. Du bist auch fast so weit rumfahren, wie ein Volltrottel. Der ist ja weit rumfahren. Oh, nee. Also, der erste Versuch hat schon was sehr gut ist. Du musst hier auf die Anschlag klicken, Leute. Das kannst du wohl machen. Ja, das muss mir auch einer sagen. So, also. Blinken. 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 Oh! Blinken! Blinken! Ja, ist ja gut. Alter, mach ich im normalen Leben auch nicht mehr. Wer blinkt, verliert. Nein, so. Die Polizei kann mal verfolgen. 60. 60 darf ich fahren, okay. Sie folgen mir in Anweisungen. Ja, ist ja gut. Fährst du schon wieder auf dem Seitenstreifen, du? Wo fahre ich noch? Auf dem Seitenstreifen, bitte. Ist klar. Oh, nö, doch, okay. Gib uns ja nicht. So, muss ich jetzt tanken, oder was? Ja. Hat er gesagt, ich soll tanken, oder wie? Nee. Ist hier rechts vor links, halt. Das ist nicht gepitzt worden. Das sieht aus, als wäre... Halt, Fußgänger, Moment, Blinken. Ey! Fußgänger, lauf jetzt, du Depp, auf Laufschon. Der ist schon nichts vor, der ist abgebucht. Alter, was ist das für ein Idiot? Nein, der steht doch noch da. Da, guck, da läuft er. Oh, Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Wegen dem verliere ich vielleicht noch, du. Jetzt musst du den Scheidpatschern. So, wo muss ich jetzt parken? Wo muss ich jetzt parken? Da vorne. Da. Ja, ist ja gut. Ey! 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 Dieser Blödhorst! Der kommt von hinten angefahren und fährt wie ins Heck rein, ja. Und ich falle deswegen durch, oder was? Du Arsch! Ey, was ist das für eine Vollassi-Kacke? So, also. Ja, anschnallen, Blinker. Ja, gut. Ich hab dich jetzt verstanden. Jetzt inzwischen weit... Oh, ich muss auf Stopp! Nee, du hast schon ein Schildfahrt. So, Stopp! Jetzt warte ich, bis die Polizei mich festgenommen hat. Blinkst! 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 Ich muss nicht blinken! Warum das denn? Weil du jetzt zu schnell gefahren bist! Komm, den überfahre ich jetzt. Den überfahre ich auch. Ah! Ah! Nein, der blinkt ja immer noch. Blinkst du wegmachen! Blinkst! Blinkst! Ja, ist ja gut. Ah! Alter! Sehr dumm! Weißt du, wenn das ein richtiger Simulator wäre, normalerweise nachdem du um die Kurve gefahren bist, geht der Blinker von selbst aus. Ja, es geht ins Tiefkart, oder nicht? Das ist ja unglaublich, was ein... Ah, Herr Gleis! Ein unglaublicher Schrott hier! Acht auf deine Geschwindigkeit! Ja, ich achte auf meine Geschwindigkeit! Blinken! Blinken! Ja, hab ich das schon gemacht! Ist doch gut! Alter, der Falle hier macht mich verrückt! Blinker wegmachen! Ah, hier darf ich nur noch 30 fahren. Das ist sogar ein Punkt abgezogen. Warum habe ich Punkt abgezogen? Weil du jetzt zu schnell warst! Wieso bin ich zu schnell gewesen? Weil du hast... Wo fährst du dann hin? Alter! Alter! Kein Stern! Kein Stern! Kein Stern! Boah! Aieieieieieieiei So, let's go! Okay! Los! Wir sehen dir immer wieder den DING, der das machen kann. Wo kann das fest sein? Oh! Na, man fährt jetzt schon 40. Hä?! Er hat das toll gemacht! Blinken! Ich flinke noch! Er blinkt doch schon da. So, 40, 30, so. Wir schießen da hinten Flammen raus, oder was? Ist das jetzt ein Witz? Ja, das ist ein GTI bei GTI, da schießen die Flammen raus! Wow, du fährst gut, herz sofort! Sofort! Er ist sofort rechts, links! Wow, guck mal, Herr Gleich, der ist sofort dabei! Ja, da kann ich mir... Wow! Nächstes! Bin ich schon da gleich! Ja, okay, also, dann gucken wir jetzt mal wieder für Live-Online-Seminar. Oben! So, also, los geht's! Anschnallen! Hier brauche ich jetzt nicht wirklich, so. Gucken wir mal, dass wir nicht zu schnell fahren am Anfang. Da ist eine rote Ampel, die wird jetzt grün. Hier kann ich jetzt blinken. Wir müssen gleich noch ein anderes Spiel spielen. Nach dem Video. Das ist Citycar-Driving heute. Da wird noch viel strenger da überall drauf geachtet. Ja, die Steuerung ist halt mega schlecht. Also, jetzt blinken kann... Alter! Du Arsch! Ey, wer macht denn sowas? Wer fährt denn einfach so quer über die Straße drüber, ja? Leck mich doch fett! Was ist denn das für eine Scheiße? Ich bin... Ah, ja! Nochmal 10! Ah, und jetzt habe ich nicht geblinkt! Leck mich! Ja! Oh, komm, ey, mach mal hier! So, nochmal neu! So eine Scheiße! So anknallt! Nicht durch Neubahn! Der Boni rot! Recht Winkel! Wir fahren gleich mal Autobahn, Leute! Wir fahren gleich mal Autobahn! Jo, wenn die grün! Grün aufkommen, grün! Mal grünchen! Das macht Spaß, oder? Der gleich kommt! Voll nervig! Das macht total Spaß! Voll nervig! Ah, der hat aufgehört zu blinken! Ich hab jetzt viel mega gesuchtet! Ja, man merkt's! Weil, nach 10, nach 10 kmh schneller kriegst du dann 50 kmh abbezogen! So, jetzt muss ich erstmal warten. Wo laufen die lang? Du kannst fahren! Ja, ich wollte nur erstmal wissen, dass ich da ein umfadert. Ja, ich hab da keine umfadert. Ich glaub, wir laufen eigentlich in die Luftfahrtsauto. Nur die Taktifahrer, die fahren über ihn schreit. Ja, das... Achso, das sind nur die Taktifahrer! Ja, nein! Warum wohl? Warum wohl? Da vorne ist wieder dieser Taktifahrer! Dieser Blödhorst! Ja! 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 Ja, das ist jetzt die Anweisungen! Ja, ich kann hier vorne nochmal... Ja, gut! Hier musst du das weg! Ja! Ja, ich weiß es! Das ist kein Grund dafür! hier muss ich aber fliegen nicht so und dann gucken wir ja nicht mehr da rum kommen jetzt darf ich nur 30 fahren so ich fahre hier als wäre ich besoffen gerade so und dann machen wir mal den da ein und du hast das level geschafft ich habe es geschafft wir fahren jetzt autobahn oh wie schön like magic music video editor toll so Karriere Leute wir fahren jetzt autobahn let's go autobahn autobahn mit der steuerung super autobahn mit der steuerung mit 30 fährt man immer auf die autobahn leute das ist ja genau so steunigungsstreifen mit 30 auf die autobahn da freuen sich die lkw fahrer die hier momentan nicht da sind so und da vorne ganz viele auto ist toll und polizeiwagen natürlich am ende auf der autobahn du fährst kein rennen du musst da nicht versuchen rechts zu überholen und ich dann noch dazwischen zu quetschen glaubst du keine ahnung er geht gerade überhaupt nicht ja damit war es das von dieser folge bis zum nächsten tschüss 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 tschüss